herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von hoffmanns empfehlung ich bin eigentlich kein großer freund historischer romane und doch bin ich im letzten jahr über einen autoren und sein erstes buch gestolpert welches mich sehr fasziniert hat die rese ist von der schümer die schwarze rose der schümer hat mittelalterliche geschichte studiert und arbeitete als redakteur und kulturkorrespondent für die fhz und für die weltgruppe in der schwarzen rose geht es um den prediger eckart von hochheim auch bekannt als meister eckart der sich im jahr 1328 als ketzer denunziert in avignon vor dem am hof des papstes der inquisition stellen muss und begleitet durch seinen novizen wittekind brechen die zu einer abenteuerlichen fahrt von köln nach avignon auf werden dort dann als gleich zeuge eines raubüberfalls später wird dann sogar noch wittekind überfallen und sie haben beide das gefühl dass sie in einen großen finanzskandal mit reingezogen werden zusätzlich zu den problemen die sie schon durch die inquisition haben das große thema dieses romans ist der armutsstreit zwischen den franziskanern und den benediktinern und das fand ich ist unheimlich spannend dargestellt der autor hat dann noch einen kleinen frechen kniff angewandt der mich sehr überrascht hat aber mir dann auch gefallen hat die beiden sind nicht die einzigen die in dieser sache ermitteln im laufe der geschichte taucht noch william von baskerville auf denen der interessierte leser vielleicht erinnert es ist eine hauptfigur aus umberto echoes im namen der rose diese drei machen sich dann auf diesen verworrenen komplizierten fall am hofe des papstes zu lösen sehr überrascht war ich dann als nur ein halbes jahr später nämlich in diesem frühjahr von dirk schümer noch ein zweites buch herausgekommen ist das heißt jetzt die schwarze lilie das spielt nur wenige jahre später 1348 in florenz einem florenz in dem gerade die pest wütet hier geht es um die familie perruzzi das ist eine große bankiers familie die unglaublich reich ist und dem bankier werden nach und nach mehrere seiner söhne ermordet und das führt dazu dass er wittekind zu hilfe holt der die hintergründe zu diesen morden aufklären soll dazu muss er ziemlich große reisen sich ziemlich großen reisen stellen und hatte auch die ein oder andere gefährliche und abenteuerliche sache zu bestehen auch hier hat schümer wieder zwei bekannte figuren in die geschichte mit reingeschmuggelt zu meinem großen vergnügen und zwar ist es zum einen ein ganz erfolgloser poet der abends durch die gasthäuser und kneipen zieht und versucht seine geschichten an mann zu bringen sein name ist bocaccio und er hat lauter schlüpfrige geschichten aus dem palästen zu erzählen der leser wird ihn kennen als den autoren des de camerone was wir ja heute kennen und als zweite person trifft tritt ein jacobo dante auf ein versoffener junger mann der unentmüdlich die komedia seines vaters den zuhörern anpreisen will beide romane haben deutlich über 500 seiten und haben mir großen spaß gemacht und ich habe oft irgendwie zu den geschichten hintergründe nachgelesen und ich finde beide romane sind hier weit über dem niveau vieler anderer geschichten die man aus dem historischen genre kennt und haben mich also ganz vorzüglich unterhalten insofern wünsche ich ihnen mit diesen beiden historischen büchern viel spaß beim lesen